Hallo und herzlich willkommen zu einer Fight-Night-Aufnahme, wie ihr hier schon auch in diesem Thumbnail erkennt könnt. Eine fette Fight-Night-Session. One Last Time, Street Fighter V Champion Edition. Meine Fresse, worauf habe ich mich da eingelassen? Auf jeden Fall, wenn ihr halt den Titel noch nicht gelesen habt, Persona80, der gute Mike ist nochmal dabei und Alan McCoy, also einer meiner Abonnenten, treuen Abonnenten, ist hier drin unter der Fighting-ID Master Jin. Diese Aufnahme ist komplett kommentarlos, daher wünsche ich euch viel Spaß mit den ganzen Kämpfen. Ich habe das so zusammengeschnitten, dass Kampf auf Kampf folgt, so gut wie möglich. Manchmal ist mir natürlich die Aufnahme gestoppt, weil meine Karte dann voll war, beziehungsweise meine Aufnahme. Und dann ist das halt, manchmal mitten in den Kämpfen werde ich da so einen Cut kennen, aber ihr verpasst tatsächlich nicht so viel. Okay, das wäre es von meiner Seite aus. Und ja, wir hören uns sonst erst wieder am Release Day von Street Fighter VI. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlassen, da liegt da unten einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter Zeug gefällt, oder gar Fighting Game Zeug, dann hinterlassen und Abo da unten dringend, damit ihr absolut verpasst. Und damit ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommt, ich habe ein neues Intro für die zukünftigen Street Fighter VI Videos gemacht. Daher wird jetzt gleich einmal das kurze Intro, neue Intro kommen und dann gleich mit der fetten Fight Night gestartet. Daher, ja, viel Spaß, denn wir kämpfen dort, wo es am meisten schwer ist. Und zwar auf der Straße. Fight! Street Fighter VI Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Chun-Li win. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Biu-Wins Das war's für heute. 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 K.O. 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 Das war's für heute. 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 You lose. Das war's für heute. 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 Luke wins. Das war's für heute. 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 Luke wins. Das war's für heute. 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 You win. You win. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. You lose. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. You lose. Das war's für heute. 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 You lose. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.